Die Parade zum Trappreiten. Preis vom Grundbergsee. Die 1 läuft nicht. Der Start befindet 2 bis 12. Mit der 2 Laszlo, frischer Gelsentrappreitsieger mit Alexander Dmitrow. 3 Siegstimmen, 67 Kilo. Dann haben wir die 3 Jübkens Baron, Laura Giebel, 61 Kilo. Die 4 Haska Duxen, Judith Jenkel im Sattel, 70 Kilo. Mit der 6 Frankie ST, frischer Sieger in Heide. Heute unter dem Sattel Martina Bremer, reitet ihn einmal genannt, 69 Kilo. Jetzt haben wir die Startnummer 10 Express Boss, Corinna Kass einmal genannt, 61 Kilo. Die 7 Janaro, Siegfried Eichler und 62 Kilo. Die 9 By Myself, Birgit Riese einmal genannt und 71,5 Kilo. Die 5 Tivoli Voyager mit Revina Manske, die beiden gewannen hier am 31. Mai zu Langen Otz, 61 Kilo. Die Startnummer 8, Sir Galahad, Kristin Kraschewski, 71 Kilo. Mit der 12 Tabalugalu, Susan Walter im Sattel, dreimal genannt, 63,5 Kilo. Oben aufs Geläuf kommt die Startnummer 11. Das ist Zaster von Fun mit Karin Levermann im Sattel, 67 Kilo. Und dann haben wir sie alle, 2 bis 12, die 1 läuft nicht. Trab reiten über 1700 Meter. Die Teilnehmer begeben sich hinter den Startwagen und wir haben 2 bis 8 aus der ersten Reihe, 9 bis 12 aus der zweiten Startreihe. Teilnehmer sind am Wagen. Das Ganze über den kurzen Weg. 50 Meter bis zur Startmarke. Und Start zum 9. Rennenpreis vom Grundsee. Das Trab reiten ist unterwegs. Frankie ST an der Außenseite Jan Naro. Noch weiter außen Sir Galahad in vorderster Linie. Jan Naro übernimmt das Kommando. Außen geht Sir Galahad. Dann sieht man Tiboli Voyager, der glänzend vom Startkampf vor Haska Duxen. Ausgangs des ersten Bogens Jan Naro und Sigrid Eichler haben das Kommando. Außen geht Sir Galahad. Dann sieht man innen Tiboli Voyager mit außen Haska Duxen. In weiteren Positionen zu Beginn der Schlussrunde. Frankie ST, Jübkens Baron, dahinter dann By Myself, Expressboss Tabalugalu. Fehler von Laszlo. Zvoro, die Zwo. Ohne Anschluss Zaster vor Fun. 16,6 war die erste Zwischenzeit. Und Jan Naro führt das Feld in die letzte Gegenseite. Jan Naro an der Spitze, außen Sir Galahad. Dann sieht man an der Innenbahn Tiboli Voyager vor Haska Duxen und verändert die ersten vier. Frankie ST an der Innenbahn nachfolgend. Es geht bereits in den Schlussbogen auf die letzten 500 Meter. Und das Feld schiebt sich dichter zusammen. 21,4, Fehler von Jan Naro in Front. 21,4, die vorletzte Zwischenzeit. Jetzt kommt natürlich Unruhe ins Feld. Alles muss um Jan Naro herum. Haska Duxen ist vorn. Sieben rot, die sieben. Auch Sir Galahad galoppiert. Haska Duxen ist vorn. Acht rot, die achte. Haska Duxen kommt mit der Führung in die Endgerade. Haska Duxen dahinter, dann Jübkens Baron. Haska Duxen, Jübkens Baron. Haska Duxen und Judith Jenkel vor Jübkens Baron. Haska Duxen, Haska Duxen und Judith Jenkel gewinnen das Trabbreiten gegen Jübkens Baron. Und dritter wird Express Boss. Dann Tiboli Voyager 21,8, die letzte Zwischenzeit. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020